So eine kurze Info und zwar bin ich am 9.9. in Aachen im Superfly und zwar springe ich von 13 bis 16 Uhr und bin schon ab 12.30 Uhr da. Wiesbaden war eigentlich nicht geplant, aber da sich so viele aus Wiesbaden gewünscht haben, dass ich auch mal da hinkomme, mache ich das jetzt auch. Und zwar bin ich da am 10.9. wieder von 13 bis 16 Uhr, bin dann wieder um 12.30 Uhr da. Hallihallo meine lieben Turnfone und willkommen zu einem neuen Video Marathonwelt. Eigentlich wollte ich dieses Video nicht machen, aber da sich so viele von euch gewünscht haben, mache ich es jetzt. Und zwar ist das die 3 Uhr Nachts Challenge und zwar turnen jemals in 3 Uhr nachts und ich muss jetzt gerade ein bisschen leiser reden, weil meine Geschwister noch schlafen und tun ja nicht, dass sie wach werden. Und wie ihr seht, es ist noch nicht ganz 3 Uhr, also um Punkt 3 Uhr werden wir dann gleich starten, beziehungsweise ich werde jetzt gleich turnen. Ich hoffe, dass sich so viel Schuss passiert, weil ich habe auch so ein bisschen Schiss jetzt gerade. Dann würde ich auch mal sagen, los geht's. So, ich mache mich jetzt erstmal ein bisschen warm und nochmal Entschuldigung wegen der Bildqualität. Es ist halt dunkel draußen und das mit dem Licht ist halt jetzt, also unser Licht ist jetzt nicht so hell. Entschuldigung und es sind noch ein paar Sekunden, es ist 3 Uhr und wenn es 3 Uhr ist, fange ich dann direkt an, also fange ich jetzt noch ein bisschen auf. Ich habe nicht gesagt nur ein bisschen an, also das habe ich nicht so lange gedacht. Oh ja. Ich denke, es ist 3 Uhr, ich habe Angst, ich fange mal ganz leicht an. Ich bin da schön. Okay. Ich bin da schön. Ich hatte das noch lange nicht getan. Das ist sehr witzig. Du hast dir das Licht ausgemacht. Machst du das wieder an? Ich bekomme immer mehr Angst. Ich will nicht. Ich mache jetzt weiter. Ich mache das noch mal Kopfschmerz. Ich muss hier die ganze Zeit rumgucken, weil ich Angst habe, dass gleich einer da steht. Oh, ich bekomme Kopfschmerzen davon. Okay, ich will jetzt... Ich mache erst mal Brücke. Vielleicht mache ich direkt ein Knackchen an meinen Rücken. Ich habe zwar gerade schon Brücke gedehnt, aber es ist nicht so lange. Das ist so. Oh, ich halte mich nicht. So was machst du hier? Das ist unten in der Nacht. Geh jetzt ins Bett, Johanna. Das ist ja witzig. Ich schreib mich für den nächsten Mal so. Jetzt geh ins Bett. Was machst du? Was machst du? Was machst du hier zu erschrocken? 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 Ja, mir fällt jetzt nichts mehr ein, dass es jetzt ein bisschen leiser ist. Ich hoffe, es passiert nicht noch mehr jetzt. also ja ich bin jetzt fertig zum glück ich will nicht dass noch irgendwas passiert ich habe es überstanden ich bin strong 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 es war natürlich alles nur ein scherz es ist gleich wirklich drei uhr aber natürlich mittags also wir haben gerade nur die rollos untergemacht meine mutter hat das licht an und ausgemacht johanna wusste dass sie ins bild kommen sollte also voll gemacht und ich habe natürlich das video euch trotzdem gefallen jetzt bitte mit einem daumen nach oben dann würde ich auch mal sagen bis zum nächsten video und tschüss und 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 und